Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht heute schon, direkt um was es geht. Es geht um die Action-Weihnachtsblöcke. Ja, wir gehen ins Weihnachtsbasteln. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen, das ist mir zu früh. Das kriege ich noch nicht hin. Nein, das kriege ich wirklich noch nicht hin. Auch wenn ich gestern das Weihnachts-Diamond-Painting schon gemacht habe. Aber hier, das schaffe ich noch nicht. Noch nicht. Nicht heute. Vielleicht morgen. Ja, und zwar geht es darum, dass ich ein paar Fragen zu diesen Blöcken bekommen habe. Die möchte ich euch natürlich gerne beantworten. Ähm, da ich da jetzt immer wieder da, ähm, ein paar Kommentare zu habe. Gehen wir drauf ein, würde ich sagen. Machen wir. Und zwar ist die Frage, warum kauft man sich hässliche Blöcke, wenn man, also warum kauft man sich einen Block, wenn man den hässlich findet? Warum macht man das? Wieso? Weshalb? Warum? Ähm, oder wenn man nur ein, zwei Papiere daran schön findet, warum tut man das? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch Blödsinn. An der Stelle, für die Leute, die das geschrieben haben, das ist nicht böse gemein von mir. Das ist alles fein. Ich kann das verstehen. Die Frage, das ergibt schon Sinn. Ähm, hätte ich vielleicht auch in dem Video dazu sagen können. Dann gab es aber auch sowas wie, ja, hm, man kann sich ja auch andere Blöcke kaufen, wo man ganz genau weiß, dass man das alles toll findet. Das spielt natürlich dann in einer ganz anderen Preisliga. Das ist klar. Aber das, äh, da legt man das wenigstens an und am Ende bleibt man nicht auf seinen Blöcken sitzen. Ich weiß jetzt nicht, wo die These herkommt, dass ich auf diesen Blöcken drauf sitzen bleibe. Aber okay, nehme ich so hin. Auch hier an der Stelle, das ist nicht böse gemein von mir. Ich weiß noch nicht, wo die These herkommt, dass ich daraus sitzen bleibe oder dass sie einfach im Schrank stehen oder so. Keine Ahnung. Ähm, von daher möchte ich das natürlich gerne einmal erklären, euch ein bisschen was zeigen und, äh, ich hoffe, es wird nicht zu lang. An der Stelle vielleicht gebe ich die Frage auch an euch einfach mal weiter. Was macht ihr mit Papieren, die ihr nicht schön findet? Es ist ja, egal welche Form vom Blog, äh, immer mal ein Papier dazwischen, was man einfach nicht schön findet. Was macht ihr damit? Lasst mich das wirklich gerne mal wissen. Dann sammle ich eure Ideen mit. Ihr könnt mir da auch gerne Bilder schicken oder so bei Instagram. Findet ihr immer alles unten in der Infobox. Ihr wisst Bescheid. Klickt da einfach mal drauf. Guckt euch da, äh, einfach vielleicht, äh, ein bisschen um. Und, äh, dann sammle ich das und mache ich vielleicht noch ein Video dazu. Zu den Sachen, wo ich selber jetzt nichts zu sage. Ich werde jetzt nicht alle meine Ideen, die ich immer dazu habe, zusammenfassen. So ein paar Kleinigkeiten werde ich jetzt aber mal zusammentragen. Ich möchte halt auch nicht, dass das Video zu lang wird. Gehen wir in die Erklärung rein, würde ich sagen. Okay. Erstmal trennen wir diese beiden von diesen beiden. Ne, Quatsch. Quatsch. Zurück. Diese beiden von diesen beiden. Weil, diese beiden fand ich ja nicht so schlecht. Ich, äh, die finde ich ja ganz gut. Die beiden hier sind meine, ah, die, die ich nicht so gut finde. Gehen wir aber mal zu den Block, den ich gut finde. Fangen wir damit mal an. Gehen wir mal hier rein. Oder gehen wir da rein. Nehmen wir Walking in the Winter Wonderland. Bedeutet das, dass ich alles gut finde? Oder, hm, gucken wir mal. Ganz okay. Kann ich nichts mit anfangen. Finde ich schön. Finde ich schön in seiner Gesamtheit. Schwierig zu verarbeiten. Schön. Ist schön. Ist schön. Kann ich nichts mit anfangen. Ganz hübsch. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Äh, nee. Gar nicht meins. Was soll ich damit? Ich bin wirklich jetzt einmal ehrlich. Ich sag euch das auch. Ihr wisst, ich sag das immer ehrlich. Ähm. Ist okay. Ist okay. Ja. Ja. Kann ich auch. Weiß ich nichts mit anzufangen. Ist ganz hübsch. Ist aber, hm, ja, ja, und ja. Also, ihr habt gesehen, da bleibt was übrig am Ende des Tages. Also, ich nutze auch hier nicht alle Blätter. Definitiv nicht. Jetzt gehen wir in den Block rein. Nehmen wir den. Nehmen wir rosa. Nehmen wir rosa. Oder nehmen wir, komm, wir nehmen den dunklen. Gehen wir von was ganz hellem in was ganz dunklen. Wir werden jetzt ja ein bisschen depressiv. Weil ich empfinde den Block wirklich als sehr, sehr düster. So. Ja. Ist okay, ne? Kann man machen. Finde ich nicht schlecht. Ja. Ist okay. Ist sehr dunkel. Kann die Zahlen aber vielleicht nutzen. Aber die fallen kaum auf, habe ich das Gefühl. Geht so. Ja. Naja. Nee. Ist okay. Ja, muss jetzt nicht. Nee. Geht gar nicht. Ja. Okay. Farbe verstehe ich jetzt dazwischen nicht. Okay. Brauche ich nicht. Silvester. Einfach zu dunkel. Ja. Ja. Farbe verstehe ich nicht. Nein. Okay. Zu wild. Nee. Und ja. Ist okay. Einmal, damit man jetzt so weiß, wo die Reise hingeht. Vielleicht weiß man es auch noch nicht. Aber ihr seht zum Beispiel hier, was ich einfach meine. Es gefällt einem nicht. Also es ist nicht so, dass mir nicht alles hier drin gefällt. Weil, war das jetzt richtig egal. Mir gefällt das ein oder andere da drin schon. Aber es ist nicht so, dass mir der ganze Block nicht gefallen würde. So. Jetzt ist es so, was mache ich denn denn damit? Ich habe jetzt ein paar Points, wo ich, was ich damit mache. Erstmal, bevor ich jetzt hier weitermache, ist, oft kombiniere ich Dinge einfach auch. Das heißt, wir kombinieren mal das hier miteinander. Das passt schon mal. Ja. Ich finde, das passt schon mal ganz gut zusammen. Hier habe ich diese, diese, diese depressive Stimmung und diesen dunklen Block. Hebe ich damit wirklich auf, ne? Hebe ich wirklich auf, damit die Farbe harmoniert relativ gut damit. Nun gut, das Papier ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen dürftig. Das ist, würde ich rausnehmen, also von dem dunklen Block jetzt hier. Auch das würde ich wahrscheinlich komplett rausnehmen, weil mir das einfach zu dunkel ist. Ich würde versuchen, mit einer hellen Mattung dahinter vielleicht was rauszureißen. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Das mag ich sowieso nicht so, das Papier würde ich rausnehmen. Ähm, muss man gucken halt einfach. Könnte man aber, zeige ich euch gleich, ähm, noch was anderes mitmachen. Ist okay. Vielleicht dann, ja, guck mal, in der Kombi ginge das. Ähm, ist mir einfach zu wild, zum Beispiel. Ich mag den Stern da nicht so unbedingt drinne. Aber allein diese Kombination von diesen beiden Blöcken bewirkt, dass es, also wirklich, der Unterschied, ähm, ist danach immens. Ich habe nicht mehr diese depressive Stimmung hier, bei dem Block hier. Ich, ich empfinde den sehr depressiv. Ich sage es, ich sage es, wie es ist für mich. So, und ihr seht, man kann das schon relativ gut kombinieren. Auch mal ein Papier, was einem nicht so gefällt, passt dann dazu. Also das hier, wie gesagt, verstehe ich farblich überhaupt nicht hier drinne. Ähm, könnte man aber tatsächlich mit dem hier, ja, ihr seht da, ich hoffe, das sieht man gut. Ähm, also mit dem würde es schon passen. Aber der Goldanteil passt dann dazu nicht. Also, da muss man dann wirklich gucken. So, ich kombiniere Blöcke also zum Beispiel auch ganz gerne mal ein Punkt. Der andere Punkt ist, was mich ja zum Beispiel sehr stört, ist, ich verstehe das hier nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde das ganz blöd. Ähm, ich mag das einfach nicht. Was man daraus machen könnte, sind diese Bändchen, also diese, äh, kommt gleich, zeige ich euch gleich alles, so ein Bändchen im Buch, so dass man wirklich nur so ein Stück hier rausschneidet und das dann, äh, für eine Fotomattung dahinter gibt oder als Tasche und dann nur so ein bisschen von, machen wir das mal hier, so ein bisschen von denen noch mit drauflässt und dann rausschneidet. Dafür kann ich mir das dann gut vorstellen. Dann kann man das auch wiederum nutzen. Auch mit dieser, äh, Folierung. Ich nenne es meistens immer Glitzer, aber ich weiß, es ist Folierung. Dann wäre das eine Option, die ich da, wo ich das dann für nutzen könnte, wo ich es dann auch gar nicht so schlecht finden würde. Ein Punkt. Und wie gesagt, kombinieren die einzelnen Sachen so rausschneiden, dass ich ein Bändchen damit machen würde. Ich muss den Block ja nicht als seine Gesamtheit nutzen für ein Projekt, sondern ich kann es ja auch zusammenschmeißen. Also traut euch ruhig, die Dinger auch zusammenzuschmeißen. So, ich habe jetzt hier vier Blöcke, zwei davon gefallen mir, wie gesagt, gar nicht. Man muss bedenken, da sind 24 Papiere dran. Wir haben eine Grammatur von 230 Gramm. So ein Block kostet 1,59 Euro im Angebot. Ansonsten kostet er 1,99 Euro, da er nicht doppelseitig bedruckt ist. Ansonsten kosten die Blöcke, glaube ich, mittlerweile 2,99 Euro im Action. Was für mich persönlich ein unschlagbarer Preis ist. Gehe ich jetzt hin und nehme natürlich den Block in einer anderen preislichen Liga, und wie es genannt worden ist, bin ich bei sowas. Das ist Graphic 45. Hier habe ich sechs mal zwölf, also zwölf, also ich habe doppelseitig bedruckte Papiere, zweimal jeweils, sprich ich habe sechs Papiere am Ende. Ne, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht. Sechs mal zwölf, zwölf. Ach, da, acht doppelseitig, mein Gott. Ich bin auch schon ein bisschen durch heute. Also ich habe acht Papiere, die sind doppelseitig bedruckt, in zwölf mal zwölf. Dazu habe ich noch ein paar Sticker. Ich hole euch das auch einmal raus, um einfach den Vergleich auf einmal darzustellen. So, hier habe ich die Sticker noch mit, oder sind das Sticker, oder sind das, ja, das sind Sticker. Steht auch oben groß drauf, ne. Ich bin heute aber auch wieder. So, wie gesagt, ihr habt die Stickerbögen, zwei Stück. Ihr habt die Papiere hier drin. Es sind acht Designs, jeweils zweimal in diesem Block drinnen. Ich wende das einmal und dann haben wir das auch nochmal. So kann ich natürlich jede Seite einmal benutzen. Ich habe das. Und wunderbar, das Ganze kostet mich 22 Euro, das Set. Und ich muss sagen, das kaufe ich wirklich nur dann, wenn ich weiß, was ich damit A machen möchte, was ich B mir damit auch vorstellen kann. Und wo ich auch ganz klar weiß, da geht die Reise hin. Und C, mir muss eigentlich so gut wie jede Seite gefallen. Das muss einfach. Ansonsten kaufe ich mir diese Blöcke tatsächlich auch nicht. Weil mir 22 Euro für Papier wirkt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Ich finde das extremst teuer. Es ist ein teures Hobby, das weiß ich. Muss man nicht machen, kann man machen. Und wenn ich solche Blöcke dann kaufe, dann immer mit einem Hintergedanken und immer mit dem Punkt, ich weiß, wo die Reise am Ende mit diesen Papieren auf jeden Fall hingehen wird. Und das zeige ich euch jetzt nämlich. Aber erstmal räume ich hier an, stelle ich alles wieder weg. Moment, Moment. Wir kriegen das hin. Die Sticker müssen auch wieder rein. So, ihr wisst, ich pack das immer in die Tüten rein, meine Blöcke, damit ich weiß, welche Sets zusammengehören. So, wie gesagt, das Set kostet 22 Euro. Hier kostet der Block 1,59 Euro. Gehen wir auf 2,99 Euro. Es ist ein Preisunterschied von 20 Euro. Und das ist immens. Teilweise sind diese Blöcke noch teurer. Bis zu 30,40 Euro. Je nachdem, was man da kauft, wie viele Blätter drin sind und, und, und. Vorteil bei dem Block beispielsweise. Ich kann die Seiten auch einzeln nachkaufen. Also es gibt viele Vorteile, warum man sowas kauft. Absolut. Warum kaufe ich aber sowas, auch wenn es mir nicht gefällt? Da gehen wir jetzt rein. Beispielsweise. Da muss man nach da hinten greifen. Mache ich mir damit Musterbücher. Das ist zum Beispiel ein Block gewesen. Ein Weihnachtsblock, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich fand den poten hässlich. Ich sage es, wie es ist. Ihr wisst das. Ich fand den super hässlich. Hier ist das erste Buch. Und das ist aus den Resten gemacht worden. Fangen wir mal mit den Resten an. Das ist auch Action-Papier gewesen. Weihnachts-Action-Papier. Ihr seht hier hinten vielleicht schon. Das ist alles so ein bisschen eingerissen. Das ist ein bisschen schade drum. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, das sind Musterbücher. Das sind Bücher, womit ich einfach übe. Ich klappe das Ganze mal auf. Das ist zum Beispiel super hässliches Papier. Ich finde das wirklich super hässlich. Das ist gar nicht meins. Das bedeutet aber nicht, dass ich das nicht benutze. Sondern hier seht ihr, wie ich es benutze. Ich mache mir damit Muster. Ich probiere mich damit aus. Ich übe damit. Hier wollte ich zum Beispiel einfach mal gucken, wie ist das, wenn ich die ganzen Papiere, also wenn ich einfach den Klappmechanismus so mache, alle nach oben einfach. Einfach mal gucken. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie ist das von der Haptik? Etc. Das weiß ich nicht, wenn ich das nicht übe. Und ich muss sagen, dafür nehme ich nicht den Block. Kann ich nicht. Bring ich nicht übers Herz. Dafür kann ich aber den nehmen. Und da bringe ich das definitiv übers Herz. Außer ich habe zum Beispiel hier eine Seite drin. Die hier. Die würde ich dafür nicht nutzen. Die finde ich gar nicht so schlecht. Die finde ich ganz schön. Oder auch, die finde ich auch sehr niedlich. Die Sparkels liebe ich. Würde ich noch nicht mal unbedingt zu Weihnachten zählen. Also, das, was mir gefällt, nutze ich dafür natürlich nicht. Die Seiten ziehe ich mir raus, mache da andere Dinge mit. Komme ich gleich auch zu. Aber in erster Linie mache ich mir Muster damit. Das heißt, ich habe jetzt dieses Album beispielsweise gemacht mit Reispapieren. Ich weiß die Größe von meinen Papieren. Ich schreibe das natürlich auf. Ich weiß, was für Größen das hier alles sind. Ich könnte das so, wie es jetzt hier ist, wieder nacharbeiten. Würde ich aber nicht, weil mir das so nicht gefällt. Gefallen würde mir vielleicht, wenn ich diese Seite immer nur nach oben klappe. Aber die andere Seite, die würde ich nicht, nein, das würde ich nicht als Klappmechanismus machen. Vielleicht nach unten. Müsste man auch einfach einmal ausprobieren. Gefällt mir das dann besser. Muss man gucken. Ich finde das aber super für kleine Bilder. Einfach hier ein Bild drauf. Hier ein Bild rein. Hier ein Bild. Oder auch was zu schreiben dann hier einfach. Wie gesagt, dafür finde ich das fein. Das Mini-Album beispielsweise. Ursprung, um da hinzukommen, war dieses Mini-Album. Auch mit Action-Papier. Ein paar Flecken braucht. Das ist alles völlig wurscht. Weil, wie gesagt, das sind Muster für mich. Hier oben, ihr seht schon, das ist alles so ein bisschen eingerissen. Das ist so typisch bei Action-Papier. Sobald es darum geht, so ein bisschen Bewegung an das Papier zu geben, wird das wirklich ein bisschen schwierig. Ja. Hier habe ich halt auch die Größe natürlich alles. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich weiß, wo die Reise hingehen soll. So, wenn wir das aufklappen, sieht das Ganze so aus. Ich probiere mich auch mit den Farben. Ich habe das einfach so zugelassen. So, welches Papier kommt da jetzt gerade, um einfach zu gucken oder auch damit zu arbeiten, wie die Farben miteinander harmonieren. Wir blättern auch hier einmal durch. Ich habe hier zum Beispiel eine Fotomattung drin. Das habe ich hier auf jeder Seite. So, und ihr seht, das ist so ein bisschen schwierig, das da mit da rein und wieder raus. Das ist alles nicht schlimm. Ich habe mir aufgeschrieben, wo das Problem liegt. Also, damit ich das Problem beheben kann am Ende. Andere Probleme sind zum Beispiel, dass ich das natürlich auch, wie soll ich das jetzt erklären, so herrichten kann für jemanden, wenn ich das verschenke, dass er damit zurechtkommt. Sprich, wenn jetzt jemand kommt, der noch nie etwas von Scrapbooking, Journaling, Karten selber basteln, ähnliches gehört hat, der weiß nicht, wie er das anfassen soll. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich so ein Album zum Beispiel verschenke, die Leute sind sehr, sehr begeistert, absolut. Die haben das dann in der Hand, haben das vor sich liegen, so wie es jetzt hier auch ist, klappen die erste Seite auf und hier darf ich nichts anfassen. Ich muss dann daneben sitzen und erklären, was darf ich anfassen, was darf ich nicht anfassen. Das heißt, auch das ist etwas, wo ich bei diesen Büchern einfach lerne, wenn ich das jemand anderen in die Hand drücke, blätter mal durch. Ich beobachte das Ganze dann einfach und gucke mir an, der blättert jetzt gerade hier ganz viel. Der geht einfach so, so, so um und so durch. Ja, sieht ganz hübsch aus. Kann man machen. Was willst du damit jetzt? Schöne Bilder, hast du schönes Papier. Das ist so das Resultat daraus dann am Ende. Bedeutet für mich, um das ein bisschen begreiflicher zu machen, was ich letztens auch mit euch gemacht habe, um euch das ein bisschen besser verbildlichen zu können, gebe ich Fotomatten auf. Damit man sieht, was ist da eigentlich, was soll da hin. Dann kommt hier ein Stempel drauf, wenn man das hat mit einer Kamera oder Platz für ein Foto oder schreibt es auch handschriftlich drauf. Das ist auch gar kein Problem. Und so weiß man, das Bild kommt da drauf. Am besten immer die Standardgröße nehmen. Das ist immer am einfachsten, weil ansonsten muss man auch da noch hingehen und aufzeigen, wo kriege ich die ganzen anderen Größen her. Also Standardgröße vom Foto passt am besten. So, dann blätter ich mal um. Auch hier würde ich das machen. Hier wäre eine super Stelle für Fotos, weil man hier dann die Stabilität in das Papier reinbekommt. Hier könnte man was schreiben, zwei kleinere Bilder drauf geben, je nachdem. Vielleicht auch vorher absprechen mit demjenigen, der das bekommt oder alles selber schon von vornherein machen. Hier kenntlich machen, dass man hier umklicken kann. Auch ganz wichtig. Das sind so Punkte, die lerne ich dann dadurch. Aber dafür nehme ich dann natürlich nicht mein teures Papier oder Papier, was ich besonders schön finde. Kann man auch machen, klar. Aber wenn ich jetzt Action-Papier habe, was ich besonders schön finde, ist super. Aber ansonsten ist das für mich einfach auch ein Lerneffekt am Ende des Tages. Ja, wir blättern mal um. Und hier seht ihr, das nimmt man nicht unbedingt wahr, weil man hier nicht sieht, dass man es umklappen kann. Das ist so ein Punkt zum Beispiel. Dann hat man hier auch nochmal, jetzt habe ich hier eine Tasche hingemacht. Es ist auch nicht so wirklich kenntlich, dass das geht mit einer Fotomatte hier drauf. Wäre das kenntlicher. Hier, das versteht man, verstehen viele nicht, dass man das auch rausziehen kann einfach. Und dass das okay ist, wenn man es rauszieht. Gehen wir mal nach hier oben. Dann kann ich das hier aufklappen. Uh, das sieht ja toll aus. Jetzt habe ich hier oben, mitten da hinten, so eine Tasche für ein Foto. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich nicht viel, weil es ist nicht gut, muss ich sagen. Hier, das klappt wunderbar, so eine Tasche. Das kann man gut machen, gerade wenn man hier, wie gesagt, schon drauf gibt, dass das Platz für ein Foto ist. Oder auch ganz klar anzeigt, da ist Platz für was zum Schreiben. Hier ist eine Tasche mit auf der Karte. Kann man machen, muss man nicht machen für sich selber. Oder wenn ich Dinge für mich selber mache, ist das immer nochmal was anderes. Aber wenn es darum geht, das wird verschenkt, dann muss das schon ein bisschen einfacher sein meistens. Ja, hier sind Fotomatten drin, das ist auch nicht böse gemeint von mir. Ich kann das absolut nachvollziehen. Auch ältere Leute, wenn die das in die Hand kriegen, die sind so vorsichtig damit. Das ist, äh, die sind da, die verstehen das dann nicht. Das ist nicht abwertend gemeint oder sonstiges. Das ist nicht böse gemeint. Sondern ich verstehe es auch, dass man das nicht versteht. Ganz am Anfang, als ich das das allererste Mal gesehen habe, da kam auch ein Wow. Ich war komplett überfordert damit. Ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ich habe das nicht verstanden. Und dachte mir, okay, ich darf das nicht anfassen. Aber, ja, jetzt weiß ich mittlerweile wie und was. Zum Beispiel auch hier. Merry Christmas and Happy New Year. Einfach so ein Test. Wie kommt das in so ein Buch rüber? Würde ich nicht machen. Ich würde jetzt eine Fotomatte drüber kleben, weil ich es ganz schlimm finde. Würde ich nicht nochmal in ein Album mit aufnehmen. Finde ich nicht gut. Und das lerne ich dadurch. Ich klebe das auch bewusst hin. Finde ich das gut. Ich blätter das zwei, dreimal durch. Ich blätter das auch jetzt, heute. Immer nochmal durch, um zu gucken, ja oder nein. Das sind zum Beispiel zwei Hefte gewesen oder zwei, nicht unterfallen, es ist untergefallen. Das sind zum Beispiel zwei Mini-Alben gewesen, die ich da mitgemacht habe. Jetzt zeige ich euch noch eins, was nicht wirklich gut geworden ist. Das hier zum Beispiel. Das ist eine Katastrophe in sich. Das ist viel zu breit. Hier seht ihr es auch wieder gerissen. Das Papier an sich liegt es sehr schön. Das muss man sagen. Papier fand ich nicht gut. Ich mochte das Papier nicht. Hier in seiner Kombination finde ich es schön. Vielleicht auch nochmal hier aufgreifen. Die Papier, also die Farben passen gut zusammen. Aber ich finde, das harmoniert nicht zusammen. Das ist nicht so meins. Gefällt mir nicht. Aber hier in seiner Gesamtheit finde ich es jetzt gar nicht so schlecht. Und hier sieht man schon, hier sind auch so ein paar Deko-Sachen drin, die ich persönlich jetzt für mich nicht so tolle fand. Oder wo ich einfach einen Haufen von habe, von diesen Vogelkäfigen oder Schmetterlingen. Dieser Holzembellishments hatte ich noch, weiß ich nicht, unheimlich viel. Ja, das habe ich schon mal aufgeklebt. Einfach um so ein kleines Gefühl zu bekommen, wie kann ich das dann herrichten. Hier klappe ich das zum Beispiel auf. Hier habe ich schon meine Stitche gehabt. Die habe ich immer, das ist irgendwie mein Ding. Oder hier einfach so ein paar Linien oder so. Hier ist ganz klar, hier könnte ich was schreiben. Hier kann ich mir dann ein Bild hin machen. Aber mir ist durch dieses hier etwas bewusster. Und dadurch, dass das hier so ein bisschen absteht, das kann ich vielleicht umklappen. Hier, das kann ich rausziehen vielleicht. Das ist etwas einfacher zum Verständnis. Hier habe ich zum Beispiel so ein Bändchen, wo ich einfach sehe, okay, hier kann ich ein Foto hintergeben. Aber auch hier würde ich sagen, hier muss eine Fotomatte drauf. Das muss einfach, weil man das sonst nicht wirklich gut erkennbar machen kann. Hier habe ich zum Beispiel so ein Bändchen. Das ist aber dadurch, dass es farblich relativ angepasst ist an der Sache, nicht ganz so gut gewählt. Oder auch das hier. Klar, ich weiß, dass ich das hochklappen kann und das Bild runterschieben kann. Ich weiß, dass ich auch hier, Moment, so, ich kann das hier hoch machen. Ich kann mein Bild da hinschieben. Ich weiß das. Aber die Person, die das bekommt am Ende, die weiß das nicht. Hier habe ich auch eine Tasche. Da klappt das zum Beispiel auch wieder besser. Das ist super. Hier dachte ich, mache ich das vielleicht durch den Pfeil so ein bisschen erkennlicher. Da habe ich auch wieder zwei Fotomatten. Ich gehe das auch einmal mit euch durch, das Buch. Hier sind zwei Fotomatten. An sich eine ganz tolle Sache. Hier können wir wieder rausziehen. Hier, das ist zum Beispiel Blödsinn. Das würde ich so nie wieder machen. Das müsste, also in dieser Form jetzt, das müsste man komplett anders machen. Die Ecken passen da nicht zu. Also da sind ganz viele Sachen, wo ich sage, das würde ich anders machen. Seht ihr ja schon, hört ihr ja auch. Hier ist auch noch was drin. Hier denkt man jetzt, ach, das kann ich umklappen. Kann ich gar nicht umklappen. Blöde Überlegung. Die Eule hier finde ich super. Mag ich gerne. Das ist nochmal so eine Zwischenseite sozusagen. Ja, hier habe ich gleich drei Fotomatten mit reingegeben. Packen wir mal wieder rein, natürlich. Fand ich aber auch irgendwie ganz niedlich. Dann können wir mit dem Schmetterling das hier hochklappen. Also so ein bisschen die Embellishments helfen mir dabei. Hier zum Beispiel ist noch was drin. Total doof, weil gar nicht kenntlich. Da kann man auch noch... Da kann man auch mal was reingeben. Aber wie gesagt, es ist doof, dass das nicht kenntlich ist. Das sollte hiermit eigentlich so ein bisschen klar sein. Aber leider verschluckt diese Tasche. Dieses kleine Heftchen. Hier haben wir hinten nochmal eine Tasche. Wunderbar. An sich gar nicht so schlecht. Auch hier habe ich ausprobiert zum Beispiel... Ich hoffe, ihr seht das relativ gut. Hier sind unterschiedliche Farben bei den Sachen drin. Ja, wie gesagt, das mache ich zum Beispiel damit. Liege ich zur Seite. Und ja, zeige ich euch noch ein Album. Ja, komm, ich zeige euch das auch noch, damit ich das... Habe ich mir nochmal hier hingelegt. So, das ist auch ein Album. Das ist... Ja, hier vorne ist ein Shaker-Element drauf. Mit den unterschiedlichsten Papieren zusammengewuselt eigentlich. Einmal kurz zur Erklärung. Ganz einfache Seiten. Nur mit einem Steck. Also nur mit so Fotomatten. Hochwertiges Designpapier. Aldi-Papier. Ich glaube auch von Aldi. Aldi, Aldi oder Lidl. Irgendwann gab es die mal dort. Die habe ich hier dann mit reingemacht. Hochwertigeres Papier. Aldi, hochwertiger Aldi, glaube ich. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau so zuzuordnen, wo was hinkam. Aber ihr seht, das ist zum Beispiel auch sehr simpel und einfach gehalten. Und ja, so sieht dieses Album zum Beispiel aus. Außen, ich glaube, das ist auch Graphic 45 hier. Da hatte ich nur so zwei Bögen von. Dann das hier. Der Stoff ist aus dem Action. Also die Kombination von den einzelnen Sachen mache ich auch gerne. Ich brauche nicht unbedingt nur die teuren Produkte. Das wollte ich euch damit einfach zeigen. Sondern kombiniere auch gerne mal ein Actionpapier mit einem Graphic. Graphic 45 Papier. Das kann gut funktionieren. So, dann geht es weiter. Nächster Vorschlag von mir. Was mache ich zum Beispiel? Gehen wir mal hier rein. Das hier zum Beispiel noch. Da können wir auch diese Bändchen schön machen, wo wir dann einen Kartenaufleger hintergeben können. Das meinte ich halt auch mit diesen hier. Einfach die rausschneiden. So ein Bändchen hier. Und dann kann man da immer schön auf einer Seite das Ganze draufkleben und dann das als Bändchen nutzen. Und dann da einen Kartenaufleger oder ähnliches hinter... Kartenaufleger. Eine Mattung hintergeben für ein Bild oder so. Das funktioniert ganz gut. Jetzt suchen wir mal was draus, was gar nicht geht. Ha! Das hier. Geht gar nicht. Würde ich so nicht nutzen. Was soll ich damit? Die Grammatur ist nicht ausreichend für so eine Box, muss ich ganz ehrlich sagen. 230er Grammatur. Schwierig. Je nachdem, was natürlich noch mit rein soll. Würde ich nicht machen. Finde ich nicht schön. Würde ich anders machen. Aber ich kann das zum Beispiel als Schablone nutzen. Das klappt ganz gut. Ich kann mir die Schleife ja als Schablone nutzen. Und wenn man das zum Beispiel nicht hat, das würde ich vielleicht machen damit. Zum Beispiel. Ich würde es vielleicht nutzen, um irgendwelche Sachen, wenn ich was falte oder so, ausprobieren möchte, wenn das 30 mal 30 sein soll, das Papier. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich 30 mal 30er Papier zu Hause habe. Dann geht es weiter. Was mache ich noch? Nehmen wir mal noch ein Papier, welches ich ganz hässlich finde. Oder was ich zum Beispiel... Das finde ich zum Beispiel sehr hässlich. Haben wir noch was Wildes? Das ist relativ wild hier gewesen. Warte, nehmen wir mal das wilde Papier. Ist es schön von den Farben her, alles schön und gut, aber ich finde es einfach zu wild. Was mache ich dann? Ich nehme Gesso. Ich schmiere da auch Gesso einfach drüber. Ihr wisst, ich nehme den Pinsel, ich bin da gnadenlos, gehe da drüber. Das mache ich aber nur deswegen, weil ich das vorher mit solchen Papieren geübt habe. Ich weiß, wie sich das Papier verhält in der Regel. Ich weiß, wie das Action-Papier das leiden kann oder nicht leiden kann. Ich nehme das auch gerne einfach, um unterschiedliches Gesso auszutesten. Oder auch andere Sachen. Oder einfach auch, wenn ich das stresse oder so, dann kann ich das auch immer gut hiermit ausprobieren. Ich mache mal eine andere Seite. Das hier finde ich sehr schwierig, was ich machen würde. Das hier abdrehen. Würde ich ein Bändchen damit machen? Nein. Finde ich nicht schön. Ich würde aber diesen Teil zum Beispiel neben mir einen großen Tag aus diesem Teil machen. Auch wieder mit Gesso drüber gehen. Würde ich auch dann in dieser Höhe so nutzen. Ist völlig egal, dass das dann falsch rum ist. Auch dann das Ganze anrauen. Das Papier an der Seite, an der Kante. Dann mit Gesso, wie gesagt, drüber gehen. Mit Distress-Foto drüber gehen. Und die Rückseite dann mit etwas bekleben, was nicht ganz so dick ist. Vielleicht mit Serviette bekleben. Auch hier vielleicht ein Stück Serviette mit einem Schriftbild. Wunderbar finde ich das. Und dann schön viel Deko vorne drauf. Fantastisch. Kann man zum Beispiel auch damit machen. Was ich auch gerne mache, ist, dass ich hingehe. Ich nehme mir jetzt diesen Sugar, Spice & Everything Nice Block. Oh Gott. Und beschränke mich da drauf und sage, pass auf, du nimmst jetzt nur diesen Block. Auch wenn er dir nicht gefällt. Und du versuchst, das Beste aus diesem Block rauszuholen. Das machst du jetzt. Das mache ich zum Beispiel auch hiermit. Ich habe gesagt, ich möchte etwas für Anfänger machen. Und ich möchte etwas machen, was einfach ist. Und ich möchte etwas machen, woran ich auch Freude habe. Dieses Album, das könnt ihr auch. Ich verlinke euch diese Videoreihe dazu. Da beschränke ich mich ja auch ausschließlich auf dieses Set. Ich nutze nichts anderes außer meinen Stift, Kleber und Schere. Genial. Mehr mache ich dann nicht. Und dann werke ich an diesem Album. Ich mag das unheimlich gerne, weil ich dann einfach auch... Naja, man ist in dem Moment nicht so überfordert mit der Sache. Sondern man hat halt nur das. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich in dem Moment habe. Wenn mir das zu wild ist, das Papier. Was finde ich denn jetzt sehr, sehr wild. Hier, die würde ich so lassen tatsächlich. Das hier finde ich sehr wild, ne. Da würde ich vielleicht tatsächlich einfach mit Gesso drüber gehen. Damit ich es runtertrimmen kann wieder. Ich würde schauen, mit welchem anderen Papier aus dem Set ist es kombinierbar. Damit ich es vielleicht ein bisschen runterhole. Das dunkle Papier ist da vielleicht gar nicht so schlecht für. Was kann ich da drüber geben? Hier, das hier. Und nehme dann nur so ein kleines Stück daraus. Das kann man dann auch machen. Und das macht man dann auch, indem man sich daraus so ein bisschen, naja, beschränkt. Und dann. Und dass es mir seitdem viel leichter gefallen ist, wenn man dann so einen teureren Block hat, wo vielleicht zwei, drei Blätter dazwischen sind, die nicht schön sind, stört einer gar nicht mehr. Weil man weiß, das kann ich jetzt so und so unterbringen, ohne dass es mich dann am Ende stört, weil mir die Seite nicht gefällt. Ja. Das einmal dazu. Fällt mir jetzt noch irgendwas ein? Es war sehr theoretisch alles. Ich weiß, ich habe versucht mit den Alben euch so ein bisschen was zu zeigen. Aber jetzt einfach so ein Album mal schnell aus der Hand geschüttelt. Das schaffe ich auch nicht. Das dauert ein paar Videos. Also so ein, ich nehme jetzt mal das an die anderen, komme ich so schlecht dran. So ein Album mal eben zu basteln, das dauert. Also das ist nicht in 30 Minuten gemacht. Das dauert eine ganze Weile. Und ja, je nachdem, was man auch machen möchte und so, da muss man einfach gucken. Ja, an der Stelle bin ich extrem gespannt auf das, was ihr mit euren Sachen immer macht, wenn ihr da Blätter übrig habt. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Also ich freue mich auch drauf, das zu lesen. Ich werde heute Abend mit dabei sein, wenn ihr schreibt. Und werde sofort antworten, ihr wisst. Ich lese die Kommentare, ich antworte so gut es geht immer auf die Kommentare. Oder beziehungsweise so gut es geht nicht, sondern so schnell wie möglich immer auf die Kommentare. Und ich verlinke euch wieder alles in der Infobox, falls ich irgendwas verlinken kann. Ganz am Ende verlinke ich euch auf jeden Fall diese Videoreihe nochmal, falls ihr da Interesse habt. Und ansonsten habe ich noch was, was ich als Info habe. Wie gesagt, ihr könnt mir dann auch gerne ein Bild schicken bei Instagram oder so. Dann gucke ich mir das an und versuche das dann vielleicht mit den Glöcken dann auch zu machen. Wir gucken einfach mal, was draus wird. Vielleicht schreibt auch keiner was, dann wird nichts draus. Dann nehme ich halt nur meine Ideen, die ich dazu habe und nehme euch dann auch gerne nochmal mit. Und ansonsten, ja, haben wir es, ne? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir so viel hingelegt. Um so ein paar kleine Eindrücke einfach zu vermitteln. Und ich hoffe, das ist rübergekommen. Und ansonsten noch einmal für die Leute, die das geschrieben haben, es ist nicht böse gemeint gewesen. Sondern ich habe jetzt wirklich einfach mal erklären wollen, wie und was. Weil ich glaube, in Schriftform ist das dann doch immer nochmal ein bisschen schwieriger. Und ich dachte mir, so ist das vielleicht einfach leichter zu vermitteln. Okay, an der Stelle jetzt reicht es. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, was damit passiert, was mit euren Ideen passiert, lasst auf jeden Fall gerne auch ein Abo dann da. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video.